willkommen zurück zu suche in tibet und ja wir sind jetzt hier gerade mit der gondel abgestürzt tragisch tragisch jetzt schauen was hier los ist wir haben hier eine tür da fehlt definitiv ein türknauf aber ohne schlüssel ist da nicht viel zu holen damit eine truhe mit dem becher schmetterflink und noch ein schlüssel oh schlüsselmangel deluxe ein seil da war er noch äh sonst war da nix jetzt nehmen wir diesen freundlichen geist ist es ist mein präsent ich kann nicht gehen ohne was passiert mit meinen liebenen wenn Shangri-La abandone okay sammeln informationen über die familie des geistes das kriegen wir doch jetzt kriegen wir mal zu einem freund hier ein wackelndes wirbelbild wollte mich ärgern schlüssel nadel zigarre zigarre enterhaken das ist kein enterhaken das ist ein enterhaken schraubenschlüssel federringbuch äh federring das ist doch ein ring oder das ist ein ringbuch rotes juwel äh feder schloss knopf knopf schloss buch und schriftrolle schriftrolle buch ist das fies ein schlüsselchen ein schlüsselchen torschlüssel das ist gut torschlüssel ist super hi oh gott markiere dir die reihenfolge in der die äpfel am baum hängen lassen sie dann mit der falschen fallen und hänge sie wieder richtig auf ist der war da und der da okay der 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 what okay lila blau rot grün lila 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 blau rot grün rot blau gelb blau lila rot rot wort blau 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 ce blau 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 rot so immer nicht ganz so schwer okay werkstatt willkommen in der werkstatt was haben wir eine feder da ist da geht es zu den zellen wir schätze der tisch dient dazu etwas zu zerschneiden hier fehlt eine kurbel klinge sieht scharf aus okay ein schneidetisch ein wimmelbildspiel aladdin's wunderlappe ein alter knopf drittes knöpfchen geht noch ab tannenzapfen habe ich doch auch schon gesehen in einem anderen bild natürlich nicht hier da oben ist er blaues juwel wäre dies hier eine kriegs keule kriegs keule kriegs keule wollen wir die denn gar nicht gesehen rotes juwel da ist ein knöpfchen ein rotes juwel geht uns noch ab piek kompik zeig dich piek fliege und anker fliege und ein anker da ist ein anker fliege wo ich eine fliege versteckt also fliege so also klamotten fliege oder fliege nerviges mistvieh fliege da ist das da ist die das ist doch die das ist doch die fliege garn rolle teddy teddy garn rolle das ist jetzt kommen das ist doch eine garn rolle ihr wollt mich ärgern oder geldbeutel garn rolle fliege da ist die garn rolle mit die ganze macht miau kriegs koch das ist die kriegs keule eine fliege wo in drei tafels namen ist ja eine fliege versteckt fliege 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 ich weiß ehrlich gesagt nicht wo hier eine fliege ist und dass man so wenn das keine fliege ist wo ist sie dann ja ich weiß es aber da ist da ist doch die fliege meine güte kriegs ich krieg eine kriegskeule ok 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 das ding nehmen wir mit super ein nähtisch kann ich gut gebrauchen ich weiß dann nicht wofür aber ein nähtisch gut schneiden nähtisch gut gehen wir mal hier hin ein hebelchen hier läuft öl raus aber das kann mit der tasse aufnehmen guck mal ein tässchen öl warum nicht mal ein tässchen öl ok hier gibt es nix da unten auch nicht ich habe noch ein seil eine kurbel zum zerschneiden statt und einen riss kann ich da öl reingießen kann ich die zerschlagen tatsächlich alter was messerchen ok ein lustiges teil nehmen wir auch mit zum schreiben ja läuft soweit und ein wimmel bildchen hier können erstmal das juwel reinpacken er lässt los ich brauche nur ein schilfrohr dann nehmen wir doch das messerchen ok an der wand ist eine inschrift legen wir doch das lederstück drauf nein ok kommt erstmal hier rein zurücksetzen was zurücksetzen sprung feder v und feder propeller skalpel kappe propeller skalpel und kappe kreuz füller nuss nuss chili und seil 23 23 kreuz an den füller kann man mitnehmen da wäre das kreuz gewesen wenn es sich mal wieder bequemt können wir es nehmen kreuz skalpel und kappe kappe wäre hier skalpel wo sehe ich denn hier ein skalpel irgendwo versteckt vermute ich mal 23 sucht da ist das skalpel wurde wo es jetzt das zurücksetzen da ei 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 skalpel ok auf der wand scheint etwas zu sein vielleicht eine inschrift aber leider ist das mondlicht zu hell kann ich kann kaum etwas erkennen das mondlicht ist zu hell wäre hier sonst noch was nö zurück ok das öl haben wir hier zurück hier können wir jetzt das schneiden mit der kurbel mit dem lederstück nein skalpel jetzt haben wir das ding hier und ich weiß nicht was ich damit machen soll tasse öl auch nicht mechanismus ist ganz rostig ok dann doch tasse öl jetzt habe ich hier mehrere stücke schilfrohr wir können hier wieder rein beutel mit gold aha der verändert sich da wolkneue tarot karte da schlüssel amunett baseball schlüssel und das amulett könnte das kam maske libelle maske pfeile jetzt fehlt nur noch das amulett da ok eine pfeile ok hier könnte ich jetzt was zusammennähen nein das seil brauchen wir auch nicht das lederstück au ein lederstück bezweifle ich verdammt was wie wo hä nö aha jawohl jetzt nicht nähen pfeile nein schilfrohrstücke jetzt nähen wir bauen uns einen drachen wie es aussieht mit lenken kann ein seil ach und damit können wir dann den den mond verdecken sehe ich das richtig jawohl ja ok das ist gut dann wohl die geschichte für den kollegen und hier suchen wir nochmal ein paar ein paar dinge hier also apfel herz gift apfel das herz das gift glühbirne messer schere schere glühbirne messer gelbes juwel salzstreuer das messer wäre hier zu messer geldbeutel telefonhörer holzspielzeug und das war es gelbes juwel ok gehen wir zurück jetzt können wir dem geist erzählen was da mit seiner family los war die sie 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 ok ok sammeln funktioniert das ganze haben wir gemacht jetzt gehen wir in die wachsstube ach da ist unser freund wieder hallo roger finden den weg durch die höhlen ok jetzt gucken wir doch mal was wir hier noch so tun können abgesehen von davon roger zu ärgern wir feiern hier mal das ding frei nehmen das ding mit gucken wir in die geschichte rein auch noch nicht schlecht ok äh das hatten wir doch schon mal wo gehört das ding jetzt hin äh ne ok das teil gehört da hin das ding gehört da hin das teil hier ja wo gehört das denn hin ok wir brauchen das royal amulett das amulett das amulett die kette amulett die feder gehört wohin äh ins haar nö in den hut ok und jetzt fehlt noch die kette da fehlt irgendwas hier aber was fehlt denn da äh äh kette wo ist denn hier eine kette zu finden hier stimmt etwas nicht ja genau ach das stück fehlt in der kette amulett und der golden scepter tempted many to start the search for power they hoped to find ok madame hat das amulett das gehört aber mit an ihr ohr äh der schlüssel gehört da hin und das ding gehört da hin die amulett found themselves bound by its promise of reward ah auszeichnung historica die geschichte verdichtet sich was für ein müllhaufen ein schloss notenschlüssel garnrolle medaille schuhe äh äh kette herz garnrolle medaille da war das herz herz zeig dich noch einmal da ist die garnrolle herz äh notenschlüssel oh jetzt ist hier das wieder alles so am verändern das ist doch meh komm sie zu seitao schloss sehendes auge blub was nagel auge ach pistole ok ein auge ach ist das ziel das auge das ich da dann das auge ringkette medaille spielkarte da notenschlüssel den habe ich auch noch überhaupt nicht gesehen kette hi ring notenschlüssel den habe ich noch gar nicht gesehen wo ist denn der ja wo ist er denn da ist ein schlüssel aber eine medaille notenschlüssel oh ring notenschlüssel und medaille ei 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 die medaille die notenschlüssel ist auch noch nicht sichtbar wo könnte der sich denn verstecken er verändert sich auch in so so gesehen nicht jetzt fehlt noch die medaille wie sieht denn eine medaille aus das das ist die medaille das ist ein abzeichen ordn aber keine medaille jote rotes juwel ok äh was ist das da oben oh 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 die energie können mit hilfe der kabel OK wo ist denn hier die energiequelle das kann also nur in die richtung laufen das ist so schon mal nicht schlecht so 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 definitiv so so ne Warte mal. Machen wir es so. Alles an. Juhu. Und jetzt? Wie Sie sehen, sehen Sie jetzt gerade nichts. Was kriege ich jetzt hier? Ah, okay. Okay. So wie... Okay. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier aber erstmal eine kleine Pause und gehen wir in der nächsten Folge in den Verhörraum. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr für die nächste Folge wieder einschalten. Bis dahin. Ciao.